Woran erkennt man eigentlich eine gute Show? Eine gute Show erkennt man nicht daran, plumpe Karlauer und gefotoshoppte Merkel-Bilder als Satire zu verkaufen. Oder daran, 16 Jahre lang in einem 90er-Jahre-Studio lustige Videos aus anderen Shows anzumoderieren. Eine gute Show erkennt man an einer guten Show. Daran, dass Witze pointiert präsentiert werden und beim Zuschauer ankommen. Dass die Ideen der Show neu sind und frisch vorgetragen werden. Und daran, wie geschmackvoll sie ist. Eine gute Show erkennt man am niveauvollen Inhalt. Und an der vielen Werbung. Halligalli lohnt sich. Für uns.